Ich hasse Fahrlevels, wo du nicht siehst, wo du schon fährst. Wo du vor allem beschissen steierst. Das war richtig beschissen. Wieso werde ich daran kaputt gemacht? Das ist ein Steine. Ja, die erwischt mich schon die ganze Zeit. Wenn ich durch bin, dann gilt das für uns beide. Hilfe, ich krieg die Spinne noch nicht runter. Ich kann nichts machen dagegen. Hilfe, ich fliege. Ja, da ist schon wieder Crap passiert. Sieht nicht nur so chaotisch aus, als steuert sich auch so chaotisch. Auf jeden Fall. Also das mit dem Fahren haben sie einfach nicht raus. Nee, das ist total schlimm. Jetzt hat's mich. Endlich, wir sind raus. Nee, das war leid. Geil. Nice. Oh, accidentally Kopf abgerissen. Wo hat das Licht eigentlich rausgezogen? Tja. Ah. Hm? Dann kommen wir jetzt gleich zu Dings. In der... In die Kammer. Genau. Ah, hätte ich das mal früher gesehen. Hätte ich ja was machen können. Was? Hm. Der Typ ist echt die Härte. Die Wucht in Tüten. Mindestens. Ja. In Beutel. Die Wucht in Beutel. Ja, gute Beutel. Oh. Schlimm. Wo muss man hin? Ich weiß es nicht. Ah, da. Der Geist gibt uns hier gerade keine Tipps. Nein, da nicht. Ah, hoch zu Gilderoy. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen aus dem Gedächtnis hier machen. Ist ja hardcore. Hier wär ein Geist. Ja, super. Ja, komm hier rein. Der bringt uns gar nichts. Gar nichts! Na doch, wir müssen den Geist finden, damit er uns zeigt, wo wir hin müssen. Alter. Da zeigt uns ein Geist den Weg hin zum Geist. Ja. Du Mildkorb. Nunu. Du. Da geht's rein. Oh my god... Ich bin so Indianer, dass ich doch jedes Mal bin. Wieso ли die wieder abschießen hier? Nein, das sind Herzchen. Ach, scheiße. Da freut sich nur, dass ich zurück bin. Ja du, ja, ja. Bist du ein Egon mannig? Tu mal deine... Achso! Ist ja schon deine Arbeit! Dann muss hier nur getowered werden. Dann komme ich auch nicht durch. Ah ok. Ähm... Alter! Pssst! Alter, die zweite! Was hier? Oh, da! Kannst du vielleicht... Die rechte Teile da... Die anderen Sätze... Schilder sind so frei, fünf... Ah! Ok! Ok... Runter, rüber... Alter! Tja... Steven Garnium... Frisch... Äh... Jaaa... Ne... Du zauberst dann nicht verfolge den Frosch. Der hat bestimmt wichtige Information. Yeah! Jaaa... Downsing-Kömpel, ey! Ok... Kürbis... Ah! Ok, jetzt können wir die Teile hier zusammen zaubern. Was? 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 Jaaa... Das musst du jetzt verwenden. W чery... Ich lebe jetzt voll beleidigt dem Parcell, ey! Glaube ich. Hast du mal als Frontier hier? Ah, noch nicht. Nur Uh, ich habe er gleich. Hey, Marspelette. Ah, da ist schnell. Oktopus. Ah, weh. Oh, jetzt liegt doch eine riesen Haus. Oh, ja. Oh, ja. Dann brauchen wir... Ah! Ah, er tanzt. Schöne Sache. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Oh, du hast mich gefroscht. Hilfe. Hilfe. Probier es mal mit Gefroschigkeit. Nee, das ist ein anderer Zauber. Noch ein roter. Ja. Wollt er nicht... Irgendwas Aluhumora-Technisches würde ich vorschlagen. Aber das hatten wir theoretisch schon im ersten Teil. Okay, wir haben keinen Hund vorbei. Also... Schwimm ich jetzt einfach eine Runde. Hm, Floatenwasser. Oh, da kommen wir nicht weiter. Na, siehste mal. Was haben wir denn jetzt den Oktopus da weggemacht? Weil Oktopusse scheiße sind. Schau, wir holen's hoch. Ah, darfst du? Ja, genau, dass wir hier hinkommen. Okay, ich bin schon wieder mit. Okay. Noch ein Skelett. Ein anderes Skelett. Ja, eben hatte ich zwei Tänzer. Okay. Fünfte. Ich bin auch verpassen. Nee, auch du. Also auch. Auch du. Ihr wisst, was ich mein. Ach, der ist aber mit mir am Ende gut. Okay. Schlangenleiter. Ah, aha. Ah. Nee, nee, nee. Das überlebe ich. Das geht nicht. Ha. Ach, scheiße. Ah. Super. Like a boss. Hey, du bist gestunt. Ich muss ja noch einer schaffen. Ach, du meine Güte. Ah, ja. Dat Tür. Dat Tür. Tu auf. Alles so schön hier. Er wurde jetzt da. Keine Sorge, alles gut. Ah, okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Huh. Hehehe. 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 Ach, Hermine. Ne, Hermine ist nicht dabei. Ah, wir müssen stärker trank Frauen. Wow. 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 Hilfe. 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 Es guckt mich an. Es guckt mich an. Hilfe. Schau mir in die Augen, Kleines. Hm, seltsam. Die Frauensleute hier machen scheinbar nur Rückenschirm. Nicht Brust. Hahahaha. 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 Ich bin verbundbar gegen deine Bläche. Ne. Hahahaha. Hahahaha. Hilfe. Hilfe. Hahahaha. Hahahaha. Das kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Oh nein. Wir müssen vielleicht die... Ah, ich verstehe. Ah, ja, sehr gut. Ein ähnliches muss auch hier passieren, denke ich. Aber nur Harry hat die Akku. Kann ich vielleicht ein bisschen rumzaubern und so die Akku bekommen? Ja, ja. Ah, sehr gut. Ich bin wieder raus. Hilfe. Ah! Nicht gut. Wir sind Dinge. Ja, leg halt rein. Vielleicht hier hinten. Ja, auf das Ding da dachte ich ja eben auch schon. Doch dann was da drauf rein. Hä? Siehst du? Sag ich doch, sag ich doch. Ne, 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 ne. Wo ist hier irgendwas skelettartiges? Was haben wir denn schon? Alles bis auf das Skelett. Ah, ok. Hier. Oder da, ja. Hier macht er nix. Sehr merkwürzig. Wie kann der? Ja, ich hab ja keinen Akku und das ist total schlimm. Oh, toll. Jetzt mach ich krass. Jetzt mach ich krass. Jetzt mach ich krass. Jetzt mach ich krass. Ja, versuchen wir da auf den Felsen drauf. Ich weiß, dass du es eben schon probiert, aber oben drauf. Weil vorhin hat es ja auch erst oben und dann unten auseinander genommen. Hm. Äh. Macht er nicht. Hm. Ja, super. Jetzt bin ich verstanden. War ich nicht. Wo war ich hier hinten? Wo war ich hier hinten? Ich hab schon nicht mehr drin vorbei. Nein, fehlt nicht. Es muss da vorne das Ding sein. Und mehr haben wir hier nicht. Ja. Ja. Und so einer ist ja eben auch schon. Ah. Okay. Ich nehm es zurück und behaupte das Gegenteil. Okay. Nu. Ah. Ja, haben wir es ja. Herrlich. Kann ich da oben das Ding aufziehen. Ah, okay. Ah, da, okay. Alles klar. Da mein Haus. Ich lenke ihn durch Leuchter. Ah, Forks mit dem Hut. Okay. Was ist das, kann ich nicht mehr blenden, die Blenden. So lässt uns der homo da nicht haben. Wir haben keinen Antigeist-Kauber. Ah, Idee, Idee, Idee. Ja, ja, ja. Geh du hinter, geh du hinter. Quasi zweimal? Ja. Solange er mich hier basht, kann er dich da nicht abhalten vom Zauber. Also können wir aber wirklich gegen Zauber ausgehen. Ja. True story. Das geht aber nicht, weil ich hier. Na, Zieh hoch. Ich... Ich geh nicht. Ich geh nicht auf, ich bin. Oh ja. Ich geh nicht auf. Ich geh nicht auf die Zeige zurück.